Minecraft Man hat 100 Spieler gegen mich. Die Besonderheit heute, alle 5 Minuten kommt ein Special Event wie Effekte oder Spielertausch. Dazu gibt es noch Loot Drops und vieles mehr. Das Ganze ist im Stream entstanden. Twitch.tv ist es hier an und jetzt viel Spaß. Da ist der erste Hunter. Let's go. Oh, er geht direkt zum Ball, er geht direkt zum Ball. Ich hole direkt den ersten Hunter. Der Kollege schwimmt weg. In ein paar Sekunden kommt schon der zweite Hunter, also war das wahrscheinlich nicht mehr so beurteilt. Wir machen uns mal Stone Tools. Und ho. Ah! Oh mein Gott, er hat mich abgecampt. Das war so smart von ihm. Ich muss ihn holen. Ich muss ihn holen. Ich muss es anders spielen. Warte mal, ich habe einen Block. Aber wenn ich einen Block place, ich muss Lowgrounds holen. Oh mein Gott, ich habe ihn. Let's go. Der erste Hunter ist down. Wir haben hier sau viel Eis in dieser Höhle. Ich dachte gerade, du wärst ein Hunter. Oh mein Gott. Und das erste Event kommt jetzt schon. Was ist es? Unsichtbarkeit. Oh nein. Das ist Pain. Zack. Shield. Zack. Boot. Zack. Zack. Türen. Let's go. Und jetzt sehe ich schon den ersten Hunter und der hat gar nichts. Hallo. Hallo. Mondshit. Sir. Er war ein bisschen verloren, glaube ich. Bogen ist im Momentar. Da wir jetzt einen Bogen haben, bin ich auch wirklich viel, viel safer. Da ist jemand unsichtbar. Ich sehe es. Hier ist jemand unsichtbar. Das ist das Event. Aber er hat Pfeile in sich. Let's go. Das war's mit dir, Basti verzockt. Und das ist gut, weil Basti verzockt ist ein guter Gegner gewesen. Wenn wir eine Enderperle haben, ist das auf jeden Fall gut. Ja. Oder du teleportierst dich einfach weg, genau da, wenn ich dich schlagen will. Das geht auch. Oh mein Gott. Okay. Das war gut. Gold, Peace nehme nicht mit. Das wäre fast ein Fehler gewesen. Oh. Treasure Map gut. Nehmen wir mal mit. Oh. Wir holen jetzt Flint. Ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Ich sehe jemanden. Let's go. Er hat was an. Nein. Nein. Ich renne ihm hinterher. Ist mir so egal. Ich schwimme. Jetzt. Digga. So, mein Freund. Jojo 007. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was war das? Oh mein Gott. Er ist so dead. Hinter mir ist jemand. Ich weiß das. Er kriegt jetzt Damage. Let's go. Ich habe ihn. Hinter mir ist jemand. Hinter mir ist jemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss weg. Ich muss essen. Der könnte mich killen. Er könnte mich. Nein. 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 Oh mein Gott. Dieser Save. So, mein Freund. Bist du bereit für den Kampf, ha? Hey. Komm her, mein Freund. Der Jäger wird zum Gejagten. Ich will den Stuff holen. So nicht, mein Freund. So nicht, Kollege. So. Ha. Er hat Frostwalker. Oh Leute. Oh Leute. Ich habe ihn. Let's go. Jetzt der andere. Wo ist der andere? Ich hole ihn direkt. Wo ist der andere? Ich muss ihn finden. Da hinten ist er. Das Ding ist halt, mittlerweile sind 17 Hunter drin. Das ist halt echt hart. Jetzt geht's ab. Und wir sind im Nether. Bitte drop in a Pearl. Ich brauche nämlich Pearls. Hier ist jemand bei mir. Ich höre es. Ich höre es. Oh nein. Hey. Nein. Warte mal. Die Portal-Koordinaten sind klar. Das heißt, hier ist jemand beim Portal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Hey, Pearl. Jawohl. Ich habe einen Hunter abgecampt. Let's go. Ja. Ich habe einen. Nein. 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 Machst du nicht. Machst du nicht, Garst. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Let's go. Wir haben noch einen Hunter down. Die Falle hat funktioniert. Ich mache aber jetzt die Falle weg. Weil die Hunter sehen das eh im Stream. Und ich gehe jetzt mal ins Fortress. Das Ding ist, wenn mich jemand jetzt im Nether verfolgt, dann... Oh mein Gott. Pff. Ja. Es hat funktioniert. Let's go. Aber jetzt gehe ich weg. Nee. Also bitte. Just the player. Also komm. Das ist der jetzt nicht dein Ernst. Der dritte, der doch reingefallen ist. Also das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben hier noch eine Bastion. Es könnte sein, dass jetzt jemand hinter mir ist. Ich will mich eigentlich nicht mit diesen Brutes anlegen. Aber ich mache es mal auf der Art. Okay. Ich habe die Kiste. Let's go. Und. Oh mein Gott. Wir haben sieben Obsidian. Wir können uns dort die Spectral Eros mitnehmen. Die Hälfte ist schon down. Ich darf mich nicht zu sehr ver... Und ich darf auch nicht an Laber sterben. Oh mein Gott. Ich habe es gefunden. Wir haben eine Festung. Und die ist sogar noch riesig. Das ist jetzt wichtig, dass wir schnell handeln. Am besten wäre natürlich auch Dias da drin. Let's go. Und. Fünf Dias. Und ein Sattel. Oh mein Gott. So viele Sattel. Wisst ihr was, Leute? Die Sattel verbrenne ich. Wenn das die Hunter haben, dann bin ich ein bisschen gelackmeiert. Blazerod Nummer 1. Und sie fällt in die Labe an. Da hinten werden auch Blazer spawnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir bauen mal den hier ab, lieber. Das Schlimmste ist, Moonshine ist in der Runde. Monkawé. Oh mein Gott. Okay. Spawn echt viele gerade. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass wir jetzt mit einem Boot hier runtergehen und die verbleibende Blazerods holen. Weil hier liegt noch einer. Ich habe es mir gemerkt. Und wir brauchen nur noch Pearls. Oh, da ist der erste Element. Wir haben eine Pearl bekommen. Das ist gut. Wo sind die Hunter? Bauen die eine Pfanne oder was machen die? Hier, ich lege dir jetzt mal ganz viel hin. Während ich die Pearls farme, tradest du für mich bitte genügend Pearls? Nein. Nein. Du stirbst. Bro. Also, das ist doch wirklich Anlacki jetzt. Let's go. Okay, wir haben fünf. Fünf Pearls. Wir haben fünf Pearls. Ich habe eine Falle im Kopf, die ich machen möchte. Aber das kommt erst in der Overworld. Zwei Endermen. Lauf rein. Jawohl, sie sind reingelaufen. Wie als wäre es gescriptet. Keine Pearl. Oh, bitte. Bitte. Ey, was haben wir denn für ein Pech? Let's go. Wir haben 13 Pearls. Sofort Piglins holen und traden. Hier. Hallo. Nein? Nein? Okay, dann nicht. Ey, dann einfach nicht. Weißt du? Ja, nee. Also, ich wollte eh nicht... Ja, klar. Ich wollte eh nicht traden. Bug einfach rum. Das ist auch gut. Bitte, traden wir doch Obsidien. Ist das Obsidian? Let's go. Ein Obsidian mit dem letzten Golden Gate. Ich fass es nicht. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Wir müssen jetzt Overworld sofort. Ist hier irgendwo ein Hunter? Oh mein Gott. Das ist ideal. Sugar Canes. Enchanter. Und dann hoffen, dass uns keiner holt. Wir haben kein Obsidian. Jetzt geht's los. Enchanter steht. Haben wir Lapis? Wir haben kein Lapis. Warum vergesse ich das jedes Mal? Lapis. Ich fasse es nicht. Ich fasse unser Glück nicht. Ich fasse unser Glück nicht, Leute. Bogen. Power. Sharpness. Jawohl. Äh, an Öfen. Oh mein Gott. Miredis. Miredis ist hier. Miredis. Miredis. Let's go. Let's go. Ich hab einen von den sieben Huntern, die noch da waren. Sechs Huntern. Oh mein Gott. Wichtig. Wir haben einen Gap. Auf einmal der Zombie equippt. Erstes Auge. Es ist zerploppt. Das fängt doch super an, Leute. Also wirklich. Okay. Stronghold ist in die Richtung. Nein. Wenn das nächste ploppt, haben wir ein riesiges Problem übrigens. Ich werf nochmal. Ich hab's getan und es war richtig. Es war richtig. Es ist gedroppt. Let's go. Es muss hier sein. Wir haben einen Stronghold. Wir haben einen Stronghold. Bitte einfach ein bisschen Glück. Ich hab den Portalraum. Ich hab den Portalraum. Schnell. Schnell, Leute. Schnell. Wie viele Augen? Es ist gerade noch eins dabei. Es ist gerade noch eins dabei. Das heißt, ich kann mir doch meine Perch sparen. Jetzt haltet ihr mich aber nicht auf. Ich hör was. Nein. Es sind einfach nur die Silberfische. Los geht's. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott. Schnell. Sofort. 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 Ist schon jemand im End. Bitte nicht. Bitte nicht. Es ist keiner im End. Ich seh keinen. Ich hab ne Idee, Leute. Nennt mich verrückt. Nennt mich verrückt. Ich werde es riskieren. Wir müssen den Enderberg besiegen. Und dann kommt natürlich ein Enderman. Das kann halt jederzeit sein, dass jetzt vier Hunter gleichzeitig im End sind. So Kirre im Kopf. Let's go. Wir haben alle. Los geht's. So, ich muss dich leider. Ah, viel Spaß. Whee. Oh mein Gott. Bitte nicht. Go. Go. Ich seh nen Namen. Ich seh nen Namen. Ich seh nen Namen. Ich hab's mir eingebildet. Ich werd verrückt. Er purged. Nein. Gönn doch einmal. Ich hab keine Pfeile. Zyper ist down. Nur noch zwei Hunter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Wasser nicht mitgenommen. Und das war so close. Let's go. Nice.